Alle reden von Wasserstoff als Schlüssel der Energiewende. Aber was ist in den nächsten 10 Jahren mit Wasserstoff möglich? Sehr viel, wenn wir schnell handeln. Chemische Industrie, Raffinerien, Stahlindustrie und Verkehr können schon kurzfristig mit dem klimafreundlichen Rohstoff- und Energieträger versorgt werden. Auf Basis wirtschaftlich tragfähiger Geschäftsmodelle können so die CO2-Emissionen schnell reduziert werden. Die zentrale Grundlage? Eine Infrastruktur, die diese Bausteine verbindet. Die deutschen Gasfernleitungsnetzbetreiber haben bereits ein visionäres Wasserstoffnetz konzipiert. Eine Lebensader für die Energiewende und ein klimaneutrales Deutschland. Für die Umsetzung stehen alle Akteure in den Startlöchern. Der Anfang ist bereits gemacht. Es gibt bereits mehrere privatwirtschaftliche Wasserstoffnetze im Ruhrgebiet, in Mitteldeutschland und in Norddeutschland. Ausgangspunkt und jahrzehntelanges Know-how für einen sicheren Transport von Wasserstoff sind da. Das Projekt Get H2 Nucleus ist der erste Schritt. Schon 2023 verbinden 130 Kilometer Wasserstoffnetz länderübergreifend die Erzeugung von grünem Wasserstoff in Lingen mit industrieller Abnahme durch Raffinerien und Chemieparks im Ruhrgebiet. Von der Elbe bis ins Ruhrgebiet und an die niederländische Grenze soll sich 2026 das Netz erstrecken. Stahlindustrie wird angeschlossen. Der Import von Wasserstoff wird über die norddeutschen Häfen vorbereitet. Auf fast 1300 Kilometer wächst das regulierte Wasserstoffnetz bis 2030 an. Über die angeschlossenen Industrien können auf Basis von grünem Wasserstoff synthetische, klimafreundliche Kraftstoffe für den Luftverkehr produziert werden. Weitere Einsparungen von CO2 werden so möglich. Das ist der Start. Dieses Teilstück ist Fundament und Ausgangspunkt für ein ganz Deutschland und Europa umspannendes Wasserstoffnetz und die Einbindung anderer Sektoren wie Verkehr und Energie. Alles das ist nur möglich, wenn wir schnell und entschlossen handeln. Die gesetzlichen Grundlagen in Deutschland und auch in der EU müssen jetzt geschaffen werden. Die Produktion von grünem Wasserstoff muss von Steuern, Abgaben und Umlagen befreit werden. Der Transport durch die Fernleitungsnetzbetreiber muss ermöglicht werden. Auch die großtechnische Speicherung in Untergrund speichern muss zum Ausgleich des volatilen Aufkommens vorbereitet werden. Für die Abnehmer müssen Anreize zur Nutzung geschaffen werden. Das Ziel? Die Entwicklung und Einführung von ökologisch und ökonomisch zukunftsfähigen Anwendungen befördern. Gemeinsam bauen wir so bis 2030 eine leistungsstarke Wasserstoffinfrastruktur auf. Als Fundament für ein klimaneutrales Deutschland und Europa. Jungen im Auftrag des ZDF